Das Team von Malermeister Michael Gehring bringt mehr Farbe in Ihr Zuhause. Wir sind Experten für Maler- und Tapezierarbeiten, aber auch für Lackierungen, Bodenbelagsarbeiten, Fassadengestaltung und Trockenbau. Auch wenn Sie sich etwas Abwechslung wünschen und sich für eine kreative Wandgestaltung entscheiden, sind Sie bei uns genau richtig. Wir arbeiten mit diversen Techniken und erschaffen einzigartige Raumkonzepte ganz nach Ihren Wünschen. In unserem Traditionsbetrieb packt der Chef noch selbst mit an. So werden Sie perfekt beraten und können sich auf exakte Ergebnisse freuen. Wir arbeiten immer absolut termintreu und möglichst staubfrei. Farbgestaltung Gehring – Wir stehen für Malertradition seit 1911. Was machen wir definitiv. Im Vor presidenti schon mit einem Schwesternmitteln.